Insanity, meine Besten, hier ist euch Marc und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Let's Play Super Mario Bros. 3. In der letzten Folge sind wir durch die Wüstenwelt gelaufen. Ich habe, ich glaube, echt so ziemlich das erste Mal in meiner gesamten Let's Player, nennen wir es Karriere, ein Level geskippt und habe tatsächlich gesagt, Mann, keinem Bock. Äh, ja, ich war ein wenig gestresst an dem Tag und insofern, ne, ich hatte keine Lust dort auf die Steuerung, hat mich extrem genervt, dass ich sie einfach nicht hinbekommen habe. Und ja, wir haben, ich meine, es müsste Morten Cooper Dlunior gewesen sein, obwohl, nein, ich glaube, ja doch, doch, ich glaube, ja doch, grau müsste Morten Cooper Dlunior gewesen sein. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe mich mit nichts vertan, jedenfalls haben wir den zweiten König gerettet und sind jetzt in der dritten Welt, der Wasserwelt. Und ja, wir sehen, die Weltkarten werden immer größer und größer und immer komplexer. Und ja, ich hoffe, wir werden in dieser Welt ein wundervolles, wundervolles Item finden, dass ich, dass für diese Welt wirklich, wirklich geil wäre. Und ich hoffe, ich spiele diesmal, ja, ich möchte bitte weitermachen, ich hoffe, ich spiele diesmal besser als letztes Mal. Es wäre auf jeden Fall ganz schön und ich habe jetzt komplett ein anderes Spielgefühl als vorher, weil ich jetzt nämlich nicht mit dem Classic Controller spiele, sondern nur noch mit der Wii-Fan-Bedienung. Und ja, ich sterbe direkt wieder. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, tatsächlich war das bisher, wenn ich mich richtig entsinne, immer mein Problem. Ich habe mit dem Classic Controller nichts hinbekommen in diesem Spiel. Auch nur in Mario Bros. 3, nicht in einem anderen Mario, das war kein Problem. Aber, ja, in allen, ja, in diesem Spiel hier, da kam ich immer nicht so richtig klar. Und diese Pflanzen, die muss ich sagen, die haben mich immer so ein bisschen an Metroids erinnert. Äh, davon ab, ja, haben wir hier ein Wasserlevel. Die Musik ist natürlich wundervoll, sehr schön, sehr schön, ruhig auch. Oh nein, Pilz, diesmal entkommst du mir nicht, aber die Wasserphysik ist wirklich, wirklich grausig und wir haben den Pilz verloren. Verdammt. Äh, wir haben, in der Vertikale bewegen wir uns enorm schnell, wie ihr vielleicht seht. Äh, also nach so zwei Sekunden fällt Mario einfach wie ein Stein hinunter. Und, äh, ja, kommt aber auch so ziemlich genauso schnell wieder nach oben. Ja, nur, äh, horizontal nehmen wir fast überhaupt keine Geschwindigkeit auf am Anfang. Aber ja, auch dieses Level extrem kurz, was soll ich sagen. Zu den Wassergegnern komme ich dann, äh, bei Zeiten mal, wenn wir das nächste Wasserlevel haben, was jetzt gleich der Fall sein wird. Obwohl dann, ich glaube, das hier ist sogar noch ein Landlevel. Äh, ja, schauen wir einfach mal nach. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, ja, das hier. Oh, Jesus Maria. Ah, Clip Clips. Ja, Clip Clips sind natürlich auch wieder mit von der Partie. Wir haben es auch schon gesehen in einem vorangegangenen Level. Ja, hier haben sie also jetzt auch wieder die wundervolle Funktion, uns zu ärgern, uns fertig zu machen, wo sie nur können. Und ich habe mit diesen... Ich habe mit den Pilzen und überhaupt hier überhaupt kein Glück. Aber ich muss sagen, ich fühle mich ein wenig besser mit dieser neuen Steuerungsmethode, als ich es zuvor getan habe. So, probieren wir das Ganze also nochmal. Ja, so geht das. Jetzt habe ich mich ein bisschen weiter nach rechts gestellt und habe dadurch den Pilz bekommen. Ist das nicht wundervoll, dass man dieses Spiel auf diese Art verarschen kann und auch muss und meine Güte, yes. Ihr könnt mich alle mal. Ich habe einen Stern, haha. Und noch einen, um Gottes Willen. Es hört nicht auf. Die Glückssträhne reißt nicht ab. Und, äh, ich möchte bitte aus dem Wasser raus. Oh. Nein, 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 nein. Die Glückssträhne ist mal wieder abgerissen. Ja, da wäre sicherlich auch ein Stern drin gewesen, wenn wir doch einen gehabt hätten. Ja, also das ist auch eine neue Mechanik, die es auch in spätere Mario-Teile schaffen wird. Äh, dass wir... Also, die, die, äh, Dingens, ne? Und Boomens. Ihr wisst schon, was... Ach, komm, schon eben hat er nur einen Feuerball geschossen. Äh, ja. Also, wenn wir einen Stern einsammeln und dann einen Block berühren, während wir noch den Stern haben, kommt da ein neuer Stern raus. Also, das ist nicht bei jedem Block so, aber es gibt dann eben, äh, spezielle Blöcke, die in der Regel relativ nah beieinander liegen. Und die machen das eben. Oh, yeah. Genauso wollte ich das. Und, den Stern nehmen wir natürlich mit. Mal schauen, ist hier einer drin? Nein. Seht ihr? Also, jetzt der Nächste müsste einen haben. Genau. Supi. Oh, ich hoffe, wir können diese... Diese Sternensträhne... Möchte ich mal sagen, aufrechterhalten. Ja, wir können. Super, meine Güte. Aha, sterbt, Cheap Cheaps. Ich töte euch. Durch die Macht des Herumstehens. Und dadurch, dass, wenn ihr aus dem Wasser springt, ihr auf einmal... ...absolut keine Gefahr mehr darstellt. Ach, diese blöden Feuerpirania-Pflanzen. Ganz ehrlich, wie lange war ich in diesem Spiel bisher schon... ...irgendwie Super Mario. Ich war immer nur dieser kleine Mario. Es ist nicht zu glauben. Haben wir überhaupt irgendwelche Power-Ups? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich hatte jetzt die letzten Tage keine Zeit zum Aufnehmen und das... Äh, nee. Ähm, ja. Äh, nee. Nichts, was ich jetzt zwingend einsetzen will. Die Wolke ist übrigens dazu da, dass wir die Hammer-Brüder skippen können. Machen wir aber nicht. Wir suchen uns jetzt erstmal ein schönes Item aus. Pick a Box. Its Content will help you on your way. Howdy ho. Oh ja, der Frottlandzug, genau den wollte ich haben. Ein Glück. Gut, dass wir ihn gefunden haben. Okay. Folgendes. Den brauchen wir in einem Wasser-Level. Die Nummer 5 da wäre zum Beispiel ganz gut. Ich glaube, die Burg dieses... Oh Gott. Ähm. Das da... Ist, äh, wenn ich mich jetzt recht entsinne, Big Bertha. Big Bertha ist ein Arschloch. Ihr habt da gerade gesehen. Warum? Big Bertha ist ein Instant Kill. Egal, was für ein Mario wir haben. Ob es Super Mario ist, ob es der, äh, normale, kleine Mario ist, Tanuki Mario oder sonst wer. Solange wir nicht klären, Mario haben, tötet Big Bertha uns. Weil ich weiß nicht, ob es wirklich... Ich glaube, Big Bertha ist noch eine spezielle Form dieser Fischer. Ja, genau. Aber wir können sie temporär, also jetzt nicht auf ewig, aber kurzzeitig töten. Ja, und da ist jetzt gleich die nächste Variante. Oh, diese Plattformen sind richtig fies. Da wird man direkt über das halbe Level katapultiert mit. Und ja, das will man nicht. Nichts wegen, wenn man aus dem Wasser rausbleiben will. Wir können sie zum Glück mit der Feuerblume erledigen. Und ich habe wirklich... Meine Güte, ich kann auf einmal steuern. Ich kann springen. Ich weiß, was ich tue. Um Gottes Willen, was ist mit mir passiert? Es war echt die Steuerungsmethode. Irgendwie... Ja. Ich komme mit dem Classic Controller in diesem Spiel einfach nicht klar. In den anderen beiden Spielen... No problem. Aber hier... Keine Ahnung. Konnte ich noch nie. Bin nie reingekommen. Ich weiß nicht, ob es an der Handhaltung liegt oder an was auch. Ich empfehle euch aus meiner persönlichen Perspektive. Wenn ihr Probleme habt mit der Steuerung, probiert eine andere Steuerungsmethode aus. Ich finde, es ist hier wirklich ein merklicher Unterschied. Es könnte am D-Pad liegen. Obwohl die eigentlich relativ gleich sind. Also ich weiß es nicht genau. Vermutlich ist es echt die Handhaltung, dass ich hier mit dem... Also ich spiele jetzt nicht mit dem obersten Teil meines Daumens, wo der Nagel drauf ist. Sondern ich spiele mit dem Gelenk. Das Gelenk habe ich aufliegen. Und ja, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. Und ja. Insofern machen wir, bevor wir weiter über lustige Daugengelenke reden. Erstmal diese Festung. Ah, nein, 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 nein. Ich will diese Feuerblume jetzt nicht verlieren. Ich habe im Moment durchaus ein immenses Interesse daran, ein Power-Up endlich mal für ein, zwei Level zu behalten. Denn in Mario Bros. 1, äh, 3 meine ich, ist das tatsächlich was, was man schaffen kann. Oh, dieses Level. Ich erinnere mich. Wir haben jetzt, wie ihr seht, diverse Türmen. Und diese diversen Türmen führen uns in zum Beispiel diesen Raum. Ich meine, da oben wollen wir rein. Und ihr seht schon, das Ganze hier wird in der Griffspiel ausatmen. Ich mag übrigens diese lustigen kleinen Goomba-Figürchen da oben. Ja, und ihr seht also, ja, dieses Level loopt. Und man muss jetzt die richtige Tür finden, die ich leider nicht mehr kenne. Die hier war es nicht. Ähm, ich meine, sie ist hinter dem ersten Wump. Ich hoffe es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Übrigens, diese, ja, dieser Boden ist so seltsam. Dieser, dieser Schachbrettboden. Ach, Mann, no, blöder Wump. Okay, vielleicht was hier war... Okay, das war nicht ganz die richtige Tür. Aber sie hat uns zum Extraleben geführt. Also war sie auch nicht... Ganz verkehrt. Aber das Extraleben schwimmt uns natürlich weg. Oh, aber ich möchte gerne, was darunter ist. Oh, ein Blatt. Sehr schön. Bringt uns auch nichts, wenn der Wump uns gleich wieder töten sollte. Aber man darf ja noch hoffen. Man darf ja noch Träume haben in dieser Welt. Man darf ja noch träumen, dass man seinen lustigen, kleinen, bauschigen Waschbeispans behalten darf. So. Ähm, hier durch? Ich meine, es war hinter dem ersten Wump. Na, das können wir doch auch schon hier. Ja, mit dem Waschbeer hätten wir vielleicht eben auch das Leben kriegen können. Denn da haben wir ein bisschen mehr Airtime überhin. Aber, nee, ich glaube, das Wasser wird uns zu sehr ausbremsen. Ach, jo, man kriegt hier immer wieder Power ab, glaube ich. Das müssen wir gleich mal austesten, ob das wirklich so ist oder ob da jetzt nur ein Dingens drin ist. Nur eine Münze. So. Äh, nee, das wollte ich nicht. Ach, jetzt habe ich, ja. Jetzt habe ich aus Versehen oben gedrückt gehalten und der ist durch die Tür gegangen. Mäh. Und die Zeit wird knapp. Ich möchte bitte nicht an Zeit sterben. Nein, ich möchte da jetzt auch nicht diesen Block berühren, denn, ja. Jetzt ist es mir doch irgendwie wichtiger, dass ich die Zeit hinkriege. Hallo? So. Also, erste Tür war es nicht. Zweite Tür war es nicht. Oh Gott. Es ist bestimmt die hier. Yay. Ich hatte recht. Ein Glück. Ich dachte schon, wir würden am Zeitlimit sterben. Denn das Zeitlimit ist eigentlich immer ziemlich human in Mario Bros. So. Boom, boom. Stier. Und boom, boom hat einen neuen Trick gelernt. Er kann fliegen, was ihm nichts bringt, denn er ist immer noch schwach wie sonst was. So. Und damit haben wir ihm auch dieses lustige Fragezeichenbällchen entlockt. Ach, und Mario hält sich da seinen Bauch und reibt in sich. Ist das nicht niedlich? Ich bin ein Waschbär. Ich esse Spaghetti. Wohoo, it's a bit Mario. Okay. Probieren wir das nochmal. Ach, ich darf ja nicht immer einfach so. Oh, das hat geklappt. Bitte, 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 bitte. Oh, yes. Und das bringt uns, wie ihr seht, drei Leben. Drei Ups. Oder auch UPs. Wofür UPs lebt, das weiß ich natürlich nicht. Also drei hoch. Wir kommen... Na, ich versuche gar nicht, erst da irgendeinen Glaubenwitz draus zu machen. Das ist, glaube ich, zu peinlich und zu schmerzhaft für uns alle. Okay. Hier müsst ihr auch aufpassen, dass er nicht ganz nach unten fällt. Aber ich glaube, hier in diesem Spiel tun sie das nicht. Ich glaube, das ist noch ein Relikt aus Mario Bros. 1 und 2. Ja, Mario Bros. 2. Und wisst ihr was? Wir werden... Obwohl, will ich den Hammer dafür verschwenden? Äh, nee. Obwohl, ich sollte nicht so tun, als könnte ich dieses Spiel. Also, hinein mit uns. Versuchen wir ein paar Leben zu kriegen. Ich finde es übrigens auch sehr, sehr cool, dass Mario da ein bisschen angefasst wird in den Dingens. Aber ich glaube, er hat dann nur seine normale Form. Die kleine Form und dann die, äh... Ja, die Tanuki-Form, also... Äh, was nehmen wir uns raus? Wir drücken beim Sterben. Oh, das war sogar richtig. Ah, das war falsch. Dann ist es jetzt auch egal. Hallo? Ah, ein lustiger Pilz mit einem lustigen Hütchen obendrauf. Lustiges Hütchen, hurra! Hoffentlich rennen die Sachmarr-Brüder nicht gleich in uns rein. Und wir haben hier zum Glück eine, äh, eine kleine Graslandschaft. Also ja, diese Wasserwelt ist nicht so schlimm, denn sie hat noch... Obwohl auch hier wieder ein wenig Wasser ist. Oh, seht ihr? Es ist ein Wasserlevel, denn da ist ein kleines Pütz... äh, Pützchen. Äh, ja. Davon abgesehen ist diese Wasserwelt eigentlich recht human. Warte, te, 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 te... Sage ich und... Sterbe fast, aber das ist, äh... Äh, was heißt, sterbe fast? Wir haben noch zwei Treffer... Oder einen extra Treffer übrig. Äh, hier müsste eigentlich auch wieder was drin sein und... Natürlich ist da mal wieder nichts drin, wenn ich da... Wenn ich das gerne möchte. Oh, das war ein schöner Pegelschalter. Oh, und das war ein sehr, sehr schöner Block. Auch wenn der uns jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel bringen wird, denn das Level scheint gleich zu Ende zu sein. Oh. Und Lakitu, alter Freund und Kupferschlecher, was machst du da oben? Oh, du wirfst uns wieder ab mit bösen grünen Stachieiern. Na, das passt doch mal wieder zu dir, du Lump. Ach, Mensch, jetzt waren die Unsterblichkeitsframes aufgebraucht. Verdammt. Und ihr seht, ich hätte nicht so tun sollen, als könnte ich dieses Spiel. Probieren wir das nochmal und rutschen wir wieder in die lustigen Gumbas hinein. Und ich muss nochmal erwähnen, ich liebe diese Musik hier in diesem Level. Ich mag dieses Thema einfach. Es ist so schön fröhlich. Es ist so einfach so, ach ja, hey, du spielst Mario, sei froh, auch wenn da blöde Fischle sind und Lakitus dich mit ihren dicken grünen schachligen Eiern abwerfen. Das Leben könnte dir... Oh ja, das hier ist auch noch was Neues. Manche Paragombas werden so Mini-Gumbas auf euch werfen. Und ich liebe das Spiel. Du bist kleine Feuerblume. Ach, es ist so schön. Ja, jetzt wo ich langsam wieder kompetent bin, finde ich das Spiel auf einmal wieder geil. Ja, ja, so bin ich. Ich mag nur Spiele, die ich kann, die einfach sind. Oh. Und ja, genau. Das hatte ich befürchtet. Mario Bros. 3 ist noch so ein Spiel. Wenn ihr der kleine Mario seid, zählt jedes Power-Up nur als Pilz. Naja, man kann von so einem Power-Up auch nicht erwarten, dass es Mario mehr als Doppel so groß macht und ihm Superkräfte gibt. Also, ne? Ein bisschen was muss er auch selbst tun. Äh, worauf ich kurz eingehen könnte, ist, dass ihr gerade gesehen habt, diese Brücken, die waren eben, äh, zu. Äh, die waren geschlossen, also beziehungsweise, die, äh, waren rund, die waren unten. So. Die waren verbunden, die beiden Brückenteile, links und rechts. Und das ändert sich mit jedem Level, das wir machen. Also, wenn wir in Level gehen und dann irgendwie da rausfliegen oder rauskommen oder was auch immer, dann ändert sich das. Äh, ist ganz nett, kann natürlich nervig werden. Achso, ich dachte, das Memory regeneriert sich nicht. Okay. Äh, ja, das ist jetzt natürlich blöd. Bäh. Okay. Aber ja, äh, das zählt, wie ihr seht, nur für normale Level. So, bevor wir in dieses Level reingehen, möchte ich das hier anziehen, den Frostanzug. Und Mario ist jetzt ein Frosch. Und damit kann Mario jetzt zwar an Land nicht mehr viel machen, wirklich, also, die Steuerung ist so scheiße an Land, aber im Wasser können wir nach oben, nach unten, nach links, nach rechts und das Ganze nach Belieben. Und wir sind schnell wie nichts Gutes und sind sowas von agil. Ihr habt gerade gesehen, ich werde eigentlich total getroffen worden mit der normalen Schwimmsteuerung, aber, also wirklich, ich kann im letzten Moment noch irgendwie die Richtung ändern und, äh, das wird aufgenommen und das wird umgesetzt vom Spiel. Bin super agil. So, diese Blooper da haben also auch Kinder und die können sie auch nach uns aussenden, wenn ich mich recht entsinne. Ja, diese Berta da, die hat auch noch ihre kleinen Kinder. Also alles in diesem Spiel hat auf einmal Kinder. Goombas und Kleep-Kleeps und was weiß ich und ihr seht gerade. Also wir können super geil springen mit dem Gerät, aber das sieht so witzig aus. Ach, es ist so lustig, dieses Spiel. Und ich, sorry, wenn ich damit nerve, aber ich muss wirklich sagen, dadurch, dass ich den Controller gewechselt habe, mag ich dieses Spiel gleich viel, viel mehr. Die ganze Frustration ist weg. Es macht super viel Spaß. Also ja, Steuerung. Oh, wir haben den Anzug verloren und wir haben gleich noch unseren Superpilz verloren und wir haben einer gestorben. Ich bin so klasse. Oh, ein Schleeren Hurra, auch wenn es nicht das ist, was ich mir erwünscht habe, aber okay. Ach, Mist, der hat als Level gezählt. Ähm, gut, nehmen wir erstmal Welt 6 und dann sehen wir weiter. Oh, Autoscrolling und das hier ist das erste, ja, ich glaube wirklich das erste zwingend notwendig, Autoscrolling und ich habe das Gefühl im Autoscrolling Level, da sind diese kommerschen Frame Einbrüche. Äh, äh, ja genau, das hier sind auch noch neue Plattformen, da habe ich noch gar nicht drüber geredet. Das sind Donut Plattformen. Donut Plattformen, äh, ja, werden nach kurzer Zeit den Geist aufgeben und unter euch wegfallen. Äh, sind ganz interessant dadurch natürlich von der Herausforderung her. aber, davon ab. So, dann holen wir uns ja erstmal einen Pilz. Äh, genau, diese Ballonblöcke, da kann man auch aufnehmen. Habt ihr ja gesehen, aber ich dachte, ich erwähne es einfach mal, einfach um es erwähnt zu haben, um alles in diesem Spiel erwähnt zu haben. Ach, ich liebe die Hintergründe und ja, ganz ehrlich, auch wenn ich das Autoscrolling hier in diesem Level hasse, wie sonst was, die Musik ist einfach super. Ach Gott, ja, das waren jetzt wieder diese komischen Frame-Probleme gerade. Achso, ja, ach, wenn das Spiel jetzt hier schon so nett zu uns ist, dann nehmen wir das doch gerne an. So, dann gib uns jetzt mal am besten ein Blatt. Also ein Blatt hätte ich, ja, ja, okay, können wir mal nicht im letzten Schloss noch jetzt gebrauchen, im letzten Schloss nicht, aber im Schloss dieses Levels. Können wir das sicherlich noch irgendwie gebrauchen. Also dann, Rinder. Oh, und ich hätte ganz gerne auch einen Hammer, um da unten zu diesem kleinen Fluss zu kommen. So, das hat geklappt. Da musste ich mich einmal kurz konzentrieren, denn es war ein sehr, sehr waghalsiger Sprung, den ich fast nicht überlebt hätte. Da, da, ach, ja, das Athletic-Sea, äh, Beam. Okay, und lieber mal da drauf springen, denn ansonsten geht's uns gleich ganz besonders dreckig. Nein, halt. Ach, Mistig. schrunz. Ja, und ihr seht, das ist das Level, also das ist hier Spannung und Action pur in Super Mario Bros 3. und es ist zwingend notwendig, wir müssen es schaffen. Hä? Äh, habe ich nicht irgendwas Schönes? Nee. Ich weiß gar nicht, ob man mit der Wolke nicht auch Level überspringen kann, aber das mache ich jetzt nicht. Äh. Ah, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einfach mal diese P-Wing. Denn ja, damit können wir einfach den hier machen. Und das nervt jetzt zwar ein bisschen von der Musik her, aber ich mag es gerade einfach dieses Level hier ein wenig zu rapen. Das macht Spaß, das macht Freude. Und, äh, ja, während wir hier einfach ein bisschen awesome und godlike sind, äh, möchte ich euch eins empfehlen. Versucht niemals in Sonic Adventure oder 2 ein Chao aufzuziehen. Es ist scheiße. Ich weiß nicht, wie manche Leute tatsächlich eine perverse Form der Freude dabei empfinden können, einen Chao aufzuziehen. Denn Chao sind, äh, Chao-Zucht ist so langweilig und scheiße und es dauert so ewig. Man muss andauernd in, also, passt auf, man muss andauernd in irgendein Level reiben, dort dann diese blöden Chao-Drives und irgendwelche Tiere und sowas sammeln und dann, ah, und dann wieder zurück und dann kann man immer nur 10 auf einmal sammeln und dann muss man erst wieder in die Chao-Welt und dann muss man dieses Viech da einzeln mit diesen Viechern füttern und dann muss man wieder zurück und das dauert alles ewig lang, viel, viel, viel zu lang und, ah, Klau-Zucht nervt, aber man braucht zu alle Embleme und, ja. Mit Blick auf ein, irgendwann mal kommendes Let's Play, musste ich, das, oh, oh, es ist nicht mehr Autoscrawling, sehr schön. Musste ich das leider machen oder bin immer noch dabei und, ja. Insofern bin ich sehr froh, jetzt Mario zu spielen und nicht Sonic Adventure 2. Oh Gott. Aber ich darf als Dr. Eggman spielen, das ist ein großer Vorteil. So, nehmen wir uns Welt 7 vor, als Tanuki nochmal. Mann, hier gibt es echt viel, viel weniger Wasser, als ich in Erinnerung hatte. in dieser, oh, äh, das da unten sind Spikes, neue Gegner, die lustige Schlachelkugeln eigentlich aus ihrem Mund schließen müssten, holen müssten, um uns zu besiegen. Tun sie gerade nicht. Dann denke ich vielleicht gerade an eine andere Version dieses Gegners. So, probieren wir es mal mit dem Schweif, ist immer ein bisschen gefährlich, aber im Großen und Ganzen sollte es klappen. Ah ja, Spikes werden immer mal wiederkommen in Mario. Also, auch da ist die Gegner, die, äh, die wir früher oder später noch in anderen Projekten auf jeden Fall wiedersehen werden. Oh, und hier holen sie mal raus, was sie, was sie haben. Ein Glück. Ich dachte schon, ich hätte wieder gelogen wie sonst was und würde euch hier wieder durchgehend anlügen. Oh, eine Feuerblume, die nehme ich hier lieber in diesem Level, glaube ich, denn, äh, die kann ich viel, viel besser verlieren als diesen dämlichen Tanuki-Anzug, der die ganze Zeit da ist und wie so ein, wie so eine alte Klette an einem Drang lebt. Ich meine, na, ja, ja. Und die Hügel haben Augen, habt ihr es gemerkt? Sie beobachten uns. Ja, okidoki. Oh, noch ein Big Bertha Level, weil wir davon noch nicht genug hatten. Oh, eine Feuerblume. Ich will die verdammte Feuerblume. So, Koopa. Ja, danke schön. Oh, nein, 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 nein. Nein, die Feuerblume will jetzt, oh, die ist jetzt weg. Das war ja wieder klar. Super. Okay, wir wissen jetzt also, wie wir diese Situation in Zukunft lösen werden und so werden wir das nicht tun. Oh. Hm. Das war so jetzt natürlich nicht geplant, dass wir da jetzt nicht mehr hinkommen. Hier können wir nicht mehr in das Level rein. Nee. So nicht. Tja, dann müssen wir mal einmal kurz in das Schloss hier und uns umbringen. Und ihr seht, wir werden hier auf jeden Fall den Froschanzug nehmen, denn es ist alles aus Wasser, falls ihr es nicht gemerkt habt. Töte uns bitte komische Lava-Disk oder Disco-Licht oder was auch immer du bist. Oh mein Gott, ich nehme schon eine... Ah, nee, das geht doch von der Folge her. Ich dachte gerade, ich nehme länger auf, als ich in Wirklichkeit aufnehme. Insofern, ja, das geht alles noch. Alles noch im... Oh, ein Big Bertha hat einen abgekriegt. Ha, 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 ha. Und wir haben unseren Pilz bekommen. Oh. Das ist... Ach, das ist jetzt nicht wahr, ne? Ach, mein, wenn es dieses blöde... Ich überlege gerade. Kommen wir da unten nicht auch zu dieser Röhre hin? Ja. Probieren wir mal diese Röhre hier. Und ob wir damit Richtung Level 9 kommen. Das wäre nämlich sehr, sehr gut. Nee, die führt uns da hin. Dann ist es vielleicht die andere. Und das wäre jetzt wirklich, wirklich Töfte. Wenn wir hier jetzt einfacher sagen könnten, komm ab in die Röhre. Ach so, hier geht's lang, okay. Nee, da bringt die uns wahrscheinlich wieder zurück zum Anfang, ne? Ja. Hm. Komisch, komisch, komisch. Na ja. Aber woher kommt dann die Röhre da? Vielleicht aus einer anderen Welt? Das geht natürlich auch, aber... Ach, hier ist es, Maria. Da, blöde Spimmsteuerung. Oh, es kann ja durchaus sein, dass wir gleich ein Game Over haben. Ich... Ich schütze mich jetzt mal in den Freitod und hoffe auf... auf Besseres. Ich hoffe sehr, dass dieser Freitod... Na, machen wir mal safe and continue. Und wir sind... Nein, ne? Ahaha. Yay. Okay, meine Besten. Ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Punkt für einen kleinen Cut. Ja, das war nicht so geplant. Aber gut, jetzt wissen wir ja immerhin... Äh, safe sichert nur die Welt, in der wir sind. In dem Sinne, meine Besten, äh, ich bin Marc. Ich hoffe, diese Folge von Super Mario Bros 3 hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.